Josh, was ist du denn da? Eine Enchilada. Und wo hast du die her? Stand im Kühlschrank rum. Wieso? Weil die Enchilada Crazy Steve gehört. Was? Warum war da kein Zettel dran, auf dem sein Name steht? Da war kein Zettel dran! Und da kommt er auch schon. Hi Josh. Steve. Ich wusste nicht, dass sie dir gehört. Ich hab sie im Kühlschrank gesehen und da war kein Zettel dran. Kein Zettel. Ist schon in Ordnung. Ich verstehe das. Du bist nicht böse? Ich dachte, du würdest austicken. Normalerweise würde ich dich zur Schnecke machen. Aber mein Psychiater hat einen Plan ausgearbeitet, nachdem ich nur viermal am Tag wütend werden darf. Jetzt darf ich noch nicht. Und wann darfst du? Oh, das ist ein Geheimnis. Jetzt darf ich. Das war meine Enchilada. Kein Zettel dran. Das war meine Enchilada. Das war meine Enchilada. Das war meine Enchilada. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Das war meine Enchilada. Das war's mein Name!